Hallo liebe Freunde meines Kanals. Letzte Woche haben wir uns Directis angeguckt und es war ein bisschen mehr Arbeit und dann doch ein etwas längeres Video. Dafür gibt es diese Woche ein bisschen leichtere Kost und wir schauen uns gemeinsam das Tool Sterling PDF an. Was hat es damit auf sich? Das ist im Prinzip ein Werkzeug, mit dem man alle möglichen Sachen mit PDF-Dateien anstellen kann und das ganze installieren wir auf unserer Synology wie üblich in einem Container, damit wir das auch allen möglichen Anwendern in unserem Netzwerk zur Verfügung stellen können. Dieses Ding ist eine absolut coole Sache und wenn man hier mal auf die GitHub-Seite von diesem Projekt schaut, dann liest man hier, this locally hosted Web-Applications start as a 100% Chat-GBT made-Applications. Das heißt, dieses Ding war ursprünglich komplett von einer AI entwickelt worden und jemand hat sich das dann geschnappt und hat eine richtige Software draus gemacht und finde ich faszinierend, dass das seine Wurzeln da drin hat. Und wenn man hier jetzt ein bisschen weiter schaut, an dem Screenshot hier vorbei, dann sieht man hier die Feature-Liste und die ist doch ein bisschen lang und man kann sich da schon durchaus ausmalen, dass das ziemlich komplett ist. Wie üblich werden wir das Ganze natürlich, habe ich ja schon gesagt, auf der Synology im Container installieren. Wir werden Mac VLANs verwenden und so weiter und so weiter wie üblich und natürlich auch Portainer, damit die Sache auch ein bisschen einfacher wird. Bevor ich aber richtig loslege, mein üblicher Spruch zum Thema, wie kann man diesen Kanal unterstützen? Das könnt ihr auf zweierlei Weise machen oder auf mehrerlei Weise. Ihr könnt eine Mitgliedschaft bei Patreon annehmen und da gibt es drei Mitgliedschaftslevel, aber auf jeden Fall können alle meine Patreon-Mitglieder meine Videos ab Juni 2023 komplett werbefrei genießen und außerdem beantworte ich alle eure Fragen und Kommentare auf Patreon mit Priorität. Dann gibt es da noch zwei weitere Mitgliedschaftslevel, nämlich Plus und Plus Plus. Da gibt es dann 10 bzw. 25% Rabatt auf meine Beratungssätze und wenn ihr eine Beratungssitzung mit mir buchen möchtet, da gibt es dann den entsprechenden Buchungslink in der Videobeschreibung. Eine andere Möglichkeit, diesen Kanal oder zusätzliche Möglichkeit, diesen Kanal zu unterstützen, ist die YouTube-Mitgliedschaft. Die kostet gar nichts und wer das noch nicht hat, ist jetzt herzlich eingeladen, auf Abonnieren zu klicken und dann am besten auch gleich die Glocke aktivieren, denn dann verpasst ihr auch ganz von meinen zukünftigen Videos. Und außerdem wäre es ganz, ganz große Klasse, wenn ihr, wenn euch dieses Video gefällt, mir ein Like da lassen würdet, denn das hilft nicht nur diesem Video, sondern dem ganzen Kanal sich optimaler im YouTube-Algorithmus zu platzieren. Jetzt aber legen wir richtig los und wir schauen uns an, wie man Stirling PDF im Container auf Neusalology installieren kann und was da so noch rechts und links am Wegesrand liegt. Viel Spaß dabei! Wie gesagt, ich habe hier mal die GitHub-Webseite von Stirling PDF aufgerufen und wenn man hier ein bisschen an der Feature-Liste vorbeiscrollt, dann kommt man auch ziemlich schnell an die Stelle, wo erklärt wird, wie man das Ganze unter Docker installiert. Docker gibt es unter dem Namen, wie gesagt, natürlich nicht mehr auf der Synology. Da heißt das Ding jetzt Container-Manager und wem das Ganze noch nichts sagt, dafür habe ich ein extra Video gemacht, in dem ich erkläre, wie man diesen Container-Manager installiert und was man ansonsten noch tun sollte, um sich das Leben zu vereinfachen. Und das Video findet ihr hier. Schaut es euch dann einfach an, kommt hierher wieder zurück, denn das macht dann das Verständnis von den Dingen hier ein bisschen einfacher. Hier haben wir zwei Möglichkeiten, das Ganze zum Leben zu bringen. Einmal die Docker-Run-Variante, wo das Ganze eben in eine Kommandozeile gepackt wird oder eben die Docker-Compose-Variante. Das heißt, wir haben ein Skript, das wir in unseren Portainer laden können und das dann als Stack deployen. Und genau das ist meine momentan bevorzugte Variante, denn Container-Manager bzw. Portainer auf Synology hat so ein bisschen seine Eigenheiten. Sagen wir es einfach mal so. Und um die Sache ein bisschen für euch zu vereinfachen, habe ich mir schon die Arbeit gemacht und ein entsprechendes Compose erstellt. Das könnt ihr von dem entsprechenden Link unten in der Videobeschreibung runterladen. Macht das jetzt am besten, packt das Ding aus und ladet das in einen Texteditor. Bitte einen reinen Texteditor verwenden Ich persönlich mag VS Codeium ganz gerne. Das Ding ist Open Source kostenlos und ein definitiv der Derivat von Microsoft VS Code, aber mit dem Unterschied, dass es nicht nach Hause telefoniert, wo auch immer das sein mag, und nicht rumspioniert. Das könnt ihr dann auch entsprechend von einem Link in der Videobeschreibung runterladen. Also ich habe das schon mal auf hier in VS Codeium. Machen wir mal das hier im Hintergrund weg. Und ich schiebe das mal nach oben. Und ihr seht schon, hier gibt es ein paar Kleinigkeiten, wo ihr Anpassungen vornehmen müsst. Als erstes, da wir MacVLANs verwenden, brauchen wir kein Port Mapping. Ich lasse es drin, einfach so als Erinnerung, dass das Ganze dann später auf Port 8080 erreichbar sein wird. Thema MacVLAN. Wie üblich verwenden wir das in diesen Umgebungen und in meinen Videos. Wem MacVLAN noch nichts sagt und das einfach ein Buch mit sieben Siegeln sein mag, dafür gibt es ein entsprechendes Video hier. Darin erkläre ich alles von A bis Z, was MacVLAN ist, was es für Vorteile hat, wie man es berechnet und wie man es einrichtet. Also wer hier ein MacVLAN-Anfänger ist, der ist jetzt eingeladen, dieses Video anzuschauen, denn ansonsten fehlen euch einfach Informationen und Teile und ihr könnt dem ganzen Video hier nicht mehr richtig folgen. Und die Sachen funktionieren ja nicht. Also bitte, wenn ihr neu zu MacVLAN-Thema seid, schaut es euch an. Eine halbe Stunde geballte Information, aber danach seid ihr fast Profis, was das Thema betrifft. Alle anderen, vergesst einfach, was ich gerade gesagt habe. Gut, schauen wir es uns einfach mal weiter an. Wir müssen jetzt noch drei Volume-Mappings umsetzen. Was sind Volume-Mappings? Das ist im Prinzip, was im Container steckt, mappen wir raus oder spiegeln wir sozusagen raus auf die Synology, damit wir da physikalisch auch diese Daten nicht nur sichern können und persistieren können, sondern wir können sie auch manipulieren. Das seht ihr gleich, was ich damit meine. Volume-Mappings sind in zwei Teile aufgeteilt. Die sind durch diesen Doppelpunkt hier getrennt. Der rechte Teil, das ist, wie es im Container aussieht und das bleibt in der Regel genauso, wie es da steht. In diesem Fall vor allen Dingen auch. Und der linke Teil ist das, was wir dann praktisch umsetzen auf unserem Container Host. Also wir brauchen diese drei oder vier Folders. Also einmal Sterling PDF, dann Training Data unten drunter, Extra, Configs und Custom Files. Machen wir das mal ganz schnell. Ich gehe rüber auf unser, oder ihr geht mit mir am besten rüber auf das DSM. Da ruft ihr dann die File Station auf und hier gibt es einen geteilten Ordner, der heißt Docker, der ist entstanden, als ihr den Container Manager installiert habt. Und jetzt klickt ihr hier auf Erstellen, Ordner erstellen und jetzt erstellen wir erst mal den Hauptfolger für Sterling PDF. So, dann macht ihr einen Doppelklick auf diesen neu erstellten Ordner und jetzt müssen wir drei Unterordner anlegen. Und wie die heißen, kriegen wir in unserem Skript mitgeteilt. Einmal Training Data, Extra, Configs und Custom Files. Machen wir das einfach mal. Also Training Data. Dann nächstes Extra Config. Also bitte nicht vertippen, sonst geht es schief. Und zu guter Letzt Custom Files. Sehr gut. Wie kriege ich jetzt die Pfadnamen da in meinem Skript rein? Ganz einfach. Ihr geht jetzt, jetzt mal Beispiel Custom Files, auf. Ihr markiert einfach diese Zeile, setzt die Maus drauf, draufklicken, dann rechter Mausklick, Eigenschaften und dann habt ihr neben dem Ort eben diesen ganzen Pfad. Den markiert ihr einfach mit der Maus. Dann drückt ihr Command-C auf Mac oder Control-C auf Windows. Dann ist das Ganze in der Zwischenablage. Dann drückt ihr hier rüber ins Skript hinein und dann markiert ihr diese Zeile mit diesem Pfadnamen bis vor den Doppelpunkt. Und dann drückt ihr Command-V oder Control-V und dann habt ihr das praktisch mit dem wichtigen Pfadnamen ersetzt, was da steht. Und das macht ihr für alle drei Pfade insgesamt. Und dann sollte es so ähnlich aussehen wie bei mir hier. Environment kann man so lassen, wie es ist. Docker Security kann man auf True setzen. Dann kann man sich da auch noch anmelden und so weiter. Das lassen wir uns hier mal der Einfachhalte halber aus. Denn in einer relativ einfachen Umgebung kann man sich das dann auch sparen. Und ansonsten sichert der Sterling PDF auch nichts Vertrauliches unbedingt auf Platte, sodass es relativ sicher ist. Aber wer auf Nummer sicher gehen will, da gibt es ein ganzes Kapitel, leider in englischer Sprache ausschließlich, aber trotzdem, es gibt es. Und da kann man dann hinscrollen und dann gibt es hier den Abschnitt Login Authentication. Hier ist das alles wirklich haarklein dann auch erklärt, wie man dann auch ein Login hinbekommt. Gut, zurück zum Skript. Den nächsten Punkt, den ihr anpassen müsst, ist hier. Da müsst ihr eine freie IP-Adresse aus eurem MacVLAN bereitstellen und hier eintragen. Wie man das rauskriegt, ist ganz einfach. Also da geht ihr einfach auf Portainer, dann auf Containers. Und dann könnt ihr hier in der Spalte IP-Adresse das auf- oder absteigend sortieren lassen. Und da kriegt ihr ganz schnell raus, was gerade frei ist. Ich werde die 200.26 verwenden und das ist ja hier schon eingetragen. Als guter, zu guter Letzt müsst ihr noch hier schauen unter dem Abschnitt Networks und eventuell den Namen von eurem MacVLAN anpassen. Denn das heißt, ich frage euch möglicherweise nicht MV-200, sondern irgendwie anders, egal wie. Gut, wenn ihr das alles habt, dann speichert ihr das am besten ab. Immer eine gute Idee, sonst müsst ihr das unter Umständen alles normal machen, was ich gerade erklärt habe. Und das wäre natürlich ein bisschen blöd. Und jetzt können wir das Ganze mit Command oder Control-A markieren, so wie ich gerade. Dann befeuert ihr das in die Zwischenablage mit Command-C, Control-C. Und jetzt könnt ihr zurück auf Portainer wechseln, geht nach Stacks und dann erzeugt ihr einen neuen Stack. Nennt ihn am besten Sterling PDF, damit ihr den auch wiederfindet. Und dann setzt ihr euren Cursor in diesen Web-Editor rein. Und jetzt brauchen wir nur noch das aus der Zwischenablage rausholen, was drin steckt, mit Command-V oder Control-V. Jetzt könnt ihr hier nochmal kurz drüber schauen, ob alles tatsächlich in Ordnung ist. Immer eine gute Idee. Und anschließend drückt ihr auf Deploy the Stack. Bevor ich damit loslege, das hat bei mir beim ersten Deployment eine ganze Weile gedauert, bis das alles runtergeladen war aus dem Internet. Da kommen anscheinend einiges an Daten runter. Also macht euch keine Gedanken, wenn das drei, vier Minuten dauern sollte. Aber das kommt auf jeden Fall zurück. Bei mir geht das jetzt sehr, sehr schnell, denn ich habe das ja schon mal für euch ausprobiert. Und deswegen musste jetzt gerade nichts geladen werden. Also wie gesagt, wenn das ein bisschen länger dauert, dann macht euch keine Sorgen. Das kommt auf jeden Fall zurück. Jetzt haben wir hier einen Eintrag in unserer Stack-Liste für Sterling PDF. Da klickt man drauf und dann solltet ihr den Container entsprechend hier sehen mit dem Namen und im Status Running grün. Und obwohl das jetzt hier in einem grünen Status ist, empfehle ich auf jeden Fall, trotz allem auf die Logs zu schauen. Denn es kann durchaus sein, dass irgendwas schief geht und es trotzdem nicht mit einem Fehler bekannt gemacht worden ist. Aber so wie das hier momentan aussieht, hat alles geklappt. Und wir können uns im nächsten Schritt an unserem Sterling PDF-Container anmelden und mal schauen, was wir da so vorfinden. Dafür macht ihr einfach ein neues Tab auf und dann, ihr wisst ja, die IP-Adresse, das ist http.4.4.1.2.1.6.8.200.2.6. Und hier wird es schon vorgeschlagen, weil ich schon mal ausprobiert habe, mit Port 8080. Das steht ja auch im Skript so drin. Und jetzt brauchen wir einfach nur das Abschicken. Und hier ist unsere lokale Installation von Sterling PDF, natürlich in englischer Sprache. Aber ich habe ja gesagt, wir haben ja unser Port, unser Mapping. Und hier haben wir, gehe ich mal zurück auf die Synology, hier haben wir ja praktisch unsere extra Config-Geschichte. Da gehe ich jetzt mal rein und hier gibt es eine Datei, die heißt settings.yml. Und da ihr ja gemäß meinem Video für Einsteiger den Texteditor installiert habt auf eure Synology, braucht ihr einfach nur doppelt draufklicken und dann könnt ihr das Ding hier in Editieren. Und im Prinzip kann man das alles so weit lassen, aber ihr könnt zum Beispiel hier die Default Locale ändern. Und hier sind auch schon Beispiele. Jetzt mache ich das mal auf de-de, damit das Ganze auch auf Deutsch kommt. Und ansonsten kann man das erstmal so lassen, wie es ist. Einfach speichern, zumachen und ich weiß jetzt nicht, ob das ein Refresh reicht oder ob das ein Restart braucht. Es scheint irgendwie ein Restart zu brauchen, macht aber nichts. Das können wir dann ganz locker machen auf Portainer. Wir markieren unseren Container hier. Ich klicke mal auf Restart und alles okay soweit. Gehen wir zurück auf Unterstrahl-PDF. Und jetzt ist er da. Hier haben wir jetzt die ganze Pracht auf Deutsch. Tipptopp gemacht. Und hier kann man sich jetzt ein bisschen orientieren. Wir haben dieses PDF-Multi-Tool zum Beispiel. Da kann man alle möglichen Sachen mit seiner PDF-Datei anstellen. Man kann hier zum Beispiel einen Lade-Dialog aufrufen. Sobald alles drin steckt, kann man hier die Datei dann bearbeiten. Dann gibt es Seitenoperationen. Man kann also hier alles, ich muss es ja nicht alles vorlesen und lesen könnt ihr ja selber. Also das sind so die Tools, die hier da sind. Man kann was konvertieren, Bild zu PDF und so weiter. Coole Sache. Markdown auch nach PDF. Also immerhin mit einem File Upload und dann schon mal was runterladen, wie das so funktioniert das. Und wer sich hier nicht durch diese Menüs durcharbeiten will, der kann hier diese Kacheln verwenden. Und die sind natürlich, ich zeige es mal schnell, schon einige. Und deswegen gibt es hier ein Such-Feature. Da kann man dann zum Beispiel Wasserzeichen suchen oder OCR. Und dann kommt man direkt auf die Funktionalität, die man da sich sucht. Dann haben wir natürlich noch einen Schalter für den Dark Mode. Also wer durch den Light Mode geblendet sich fühlt, der kann hier umschalten. Dann gibt es hier die Sache mit der Sprache nochmal. Also man kann, das muss natürlich nicht immer über diese Datei gehen, wenn man das in einer anderen Sprache haben will. Sondern man kann das hier auch aus dem Menü auswählen. Jetzt interessiert mich eins, hat sich da jetzt was getan an der Datei? Moment mal. Ne. Also das ist immer noch unser Default. Selbst wenn wir hier umschalten, wird beim nächsten Aufruf das Ganze wieder auf Deutsch dargestellt. Wir haben das jetzt natürlich auf eine gewisse Art gespeichert. Ich nehme an, da entsteht ein Cookie und da werden halt auch die lokalen Settings dann abgespeichert. Auch okay. Gut. Dann haben wir noch andere Settings, aber da ist nicht so arg viel los. Durch jetzt alle diese Tools durchzugehen, das führt natürlich über den Umfang dieses Videos weit hinaus. Schaut es euch selber an. Ihr habt es ja jetzt. Und wenn es euch nicht gefällt, löscht einfach den Container wieder. Und wenn ihr es loswerden wollt oder wenn ihr aufräumen wollt, zeige ich euch noch ganz schnell. Da bleibt natürlich Zeugs übrig von der ganzen Probiererei. Und da geht ihr am besten auch mal auf Images. Und da könnt ihr dann hier bei Portainer schauen nach allem, was hier auf Unused steht. Und das könnt ihr dann auch Schritt für Schritt alles rausschmeißen. Da spart man sich wirklich auch einiges. Also ihr seht hier zum Beispiel, da gibt es einiges, was man hier reorganisieren könnte. Wenn ihr, so wie ich, jetzt hier einige Einträge habt, dann stellt das einfach auf alles. Und dann seht ihr hier den ganzen Krempel. Also ich könnte auch mal wieder ausräumen. Und zu guter Letzt gibt es hier auch noch den Punkt Volumes. Und da ist es auch empfehlenswert, hier durchzuschauen und auch manchmal zwischendrin auszumisten. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier Sterling PDF am Laufen. Erforscht es, spielt damit rum. Ihr könnt nichts kaputt machen. Und am besten ist es sowieso, mit Kopien von Dateien zu arbeiten. Dann macht auch garantiert nichts kaputt. Das bringt mich zum Ende dieses Videos über Sterling PDF. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und es hat wenigstens Spaß gemacht, so zu schauen. In beiden Fällen wäre es große Klasse, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet. Und das hilft nicht nur diesem Video, sondern im ganzen Kanal, sich besser auf YouTube zu platzieren. Zum Thema Mitgliedschaften sage ich jetzt nichts mehr. Das ist erst ein paar Minuten her. Da erinnert ihr euch sicherlich dran. Also lasst mir das Blabla beiseite. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.